haufenweise schon überall hatte man hier muss doch irgendwo der bunker seine ist er hier auch nein hier ist kein bunker du hast gefunden bunker doch tatsächlich hier ist auf jeden fall auch ein bunker ist derselbe bunker wie der aus dem spiel farmers forder dass ich ohne brechstange ok ja das ist schon krass also ich meine klar es muss ja dass dieselbe lore sein das ist ja auch richtig man kann ja aus ein spiel sozusagen mehrere spiele machen oder sogar sozusagen andere lohren haben beziehungsweise ja man spielt in die eltern man spielt jungen jetzt aber es ist ja eigentlich die engine ist komplett dieselbe ist die karte ist dieselbe die ersetzt sind diese hat einfach nur ein bisschen rum gebastelt und die geschichte verändert wo gut so hallo helene hier sind sie retten haferkörner hinbeeren ok ich brauche aber was anderes ich brauche irgendwas um meinen traktor wo ist denn dein mädel oder bin ich hier nicht richtig doch ich bin ja nicht richtig so wo ist der andere fatze hier ich muss was abkaufen wo ist der hier hier steht da hallo was tut er da alles ok also handeln wir ich habe 69 da sind fahrrad 700 junge 700 ach du dicke neune oh zange hier ist eine rohrzange kai riem 350 wo soll ich damit schon so viel geld herbekommen hier ist ein vorderer 1400 jahre ist klar kannst du mal erklären wie ich das alles bezahlen soll hier ist schlachtholz ok krass kostenlos da gibt es bestimmt eine quest kann ich helfen ein guter fisch ist nicht schlecht für den fisch denn fische essen spielt keine rolle wie solange gut und frisch ist nicht wie dieses stinkende kadaver die thomas auf dem markt verkauft ich weiß nicht wer ein beliefert aber ich würde sie nicht essen du weißt du für dich etwas über das angeln ich würde dir sogar meine angeln geben aber ich weiß nicht was damit passiert ist jemand hat sie mir dreist gestohlen ok ok das ist der verlust wieder finden das tecler plus ufer ok ich denke jetzt noch mal so guter fisch hier hol dir eine angehen es ist für einen frosch mit bloßen hinzufangen ich habe von exklusiven methoden gehört das ist besser die klassische benutze und damit der fisch schön aussieht ja wo ist die angel ach bei anna oder was aber der ist das ist echt teuer der will noch nicht mal das haben ne will er alles nicht haben ok krass krass dr k sie merkt mich nicht so wie ich sie markt handeln wir okay das ist schon krass das ist echt schweineteuer alles so ein bisschen so jetzt muss ich ja gucken anders hof die soll wohl für mich eine ange mit dieser angel könnte ich dass das kriegen den traktor oder sowas aber ja das ist es hat mich damals will den ding schon gewundert hier bei dem bei dem anderen spiel ist es ein bisschen komisch ich weiß nicht so ganz wahr werde ich mit den zwei spiel nicht also ich meine bei also anderen survival games oder wusste man sofort was man tun sollte ja und bei dem spiel weiß ich irgendwie nicht das will mir zwar erklären was ich tun möchte aber irgendwie auch nicht und durch die quest kann ich auch nichts anfangen weil ich ja könnte das hier vielleicht machen ja fuchspelz so das könnte ich machen geht es einfach zu andershof versuche die angel zu bekommen wenn da keine ist gehe ich wieder nach hause dann mache ich den fuchspelz fertig und versuche denn dadurch werkzeuge zu bekommen es ist ein weißer fuchs okay sind schlaue menschen sind anscheinend klüger okay also tiere gibt es den überfluss neuer stelle reisepunkt hast du stößt ich kann ja porten das schon mal gut mit der reisepunkt ist man halt nicht ewig hin und her fahren muss so hallo kannst du dinge finden schwein und sonstiges fahrrad traktor motor fahrrad kann sich was ich kann das nicht einfach umsonst geben kein geld keine handeln das kostet okay wenn wir rennen machen kämpfe brauchen wir reden wir kann ich helfen handeln wir heugabelhacke die lange die wunderspritze was ich denke hier gibt es eine angel bei der rollen ich brauche eine scheiß angel mensch was soll das denn verstehe ich nicht deswegen es ist echt echt verwirrend hier so was habe ich gerade mit anna gelesen damit jetzt bin ich hier und die gibt mir auch keine angel ich brauche eine angel von den typen um den was zu machen so oder um den den fisch zu besorgen weil sie nicht ihr wirst du von einem ort zum anderen geschickt so reden wir die will nicht mit mir reden ja toll sollen wir ein rennen machen sehe vielleicht nicht so aus aber ich habe das reiten geliebt jetzt habe ich nur noch eine kur besser als nichts start gewirr 50 preis oder zusätzlich ist so ein hut und so dinger okay es ist mir noch zu gefährlich so lange ich kein geld habe aber es muss doch irgendwas hier machbar sein verstehe ich nicht will die das haben hier kann man auch stehlen ich habe keine ahnung hier also weiß ich nicht so ich gehe jetzt noch mal zurück hier zur stadt oder zu meinem hof macht den feld fertig und wenn die immer noch so rum backen ja das ist der spiel schon kaputt und da war die ganzen eine stunde bisher total sinnlos auch das hin und her laufen war total sinnlos also so kann man richtig spiel spaß haben da frage ich mich ganz ehrlich wie dieses spiel so weiß ich es wird sogar nominiert das spiel womit denn wieso walking simulator oder was also naja wir werden sehen die ledel da das anders machen jetzt hier ein bisschen testen wie gut das aussieht auf großer grafik auf hoher grafik geschaltet schattenqualität so jetzt guck mal grafischer klären schon hell wahnsinn aber trotzdem grafisch ist schon schick kann man nichts sagen was ist glaube die anwälte 5 5 könnte sie sogar schon sein oder die vier aber es sieht trotzdem schick aus so schwein hier in hallo wird 12 prozent warum wird das immer fetter egal hier soll immer ein tisch sein da kann ich das wohl schlachten hat viel oder was ist hier öffnen ist auch nichts drin dafür brauche ich bestimmt noch ein werkzeug zack ist dafür werkzeug ja das fall bricht abdrehen ja ich kann es nur aufnehmen das war's so oder war es ja hier ist das benutze zuerst muss ich jetzt benutzen beginne beginne wurde ein fuchspelz gut habe ich gemacht glücker gut den fuchspelz lieferein fuchspelz auf der karte anzeigen beim markt da gehe ich jetzt mein ach so wir können der port bestätigen so hallo hallo sind alle noch daher so hallo magst du mich jetzt wieder gut ich habe etwas für dich eine fuchspelz gibt es eine belohnung danke dass du das erledigt hast okay habe ich doch gerne gemacht so was habe ich jetzt dafür bekommen wuchs zu fehl und was noch geld 300 geld okay das ist doch schon mal was kann ich helfen ein rauer pelzmann für eine raue dame wildschwein okay hat er kratzt ja nicht am sack wenn du mit mir redest junge 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 wildschweinfeld gut das ist doch auch hier irgendwo gewesen das wildschwein ok ich glaube die grafik sollte wieder halbieren qualität reicht auch vollkommen aus textur post processing ich denke ich eigentlich nur interessieren so ok so wo ist das schweinchen schweini schweini du warst doch hier wo ist das schwein hin ich glaube wir sollten mal abspeichern großer schwein weg ist es das war doch erst hier das vieh da ist ein hörsch wo ist das dicke ding ein fuchs ist da auch oder schweinlich wo ist das schwein wenn ich gehe ich einfach zurück oder lädt ihm ein schwein kann ich das bestimmt auch mal wer war davon schwein wo ist das denn hin schweini schweini wo bist du alles da aber kein schwein es war doch voll doch ein schwein hier wo es ist ein eifer so hin ist ein schwein hier das ist ein schwein da war gerade eins da läuft da laufen nur lauf nur wenn man ist die karte zu ende da kommt es wohl nicht weg war erledigt so kann ich mit dem ding porten das für interessant gut kann ich das ist schon gut das ist schon gut gut das hat er gemacht super albino bildschwein okay den weißen eber war sogar weißer eber hat er nicht gezählt kann es jagen und dem schlachthof heute ich kann auch versuchen einzufinden oder es von ihm zurück zu kaufen jetzt ist nacht und ich sehe natürlich nichts ich hasse diese nacht wie die ps einfach schlafen hat mir auch nicht viel gebracht was ist hier drin nix kasten 6 uhr guck mal um 6 uhr ist da schon richtig hell okay ich habe dorst ich habe dorst ich habe dorst das ist nicht gut auch wieder ein brief das ist gerade ein älter aufgrund schade das nicht aus freiem willen war du bist in diesen krieg gefahren hast dich an schmutzdreck und schnaps gewöhnt als zum schlamm an der front lachs wurden deine älter zu hause ermordet aber anstatt zu trinken muss man sich zusammenreißen dein sogenannter baunhof sieht aus wie in der müllhalde mach etwas damit aufräumen ja jetzt muss ich wohl anfangen aufzureimen sagen wir trinken gut hat funktioniert mit trinken können wir erst mal anfangen überall hier auf voll zack ist auch müll kann ich nicht auf frei ok ernte was das ok habe ich dann überhaupt die missgabel noch hier die irgendwo rum lag mehr kann ich nicht tragen vorratskammer da mache ich mal das einfach ein 60 gewicht 60 gewicht kann ich mir die trophy irgendwo hin hängen jetzt hängt die einfach hier dran da ist einer so sieht es mit den dingern aus ich sollte ja alle ein bisschen aufräumen egal starb wenn wir einfach hier muss ich irgendwie dass das so eine quest nachher wird ich glaube oder ich hoffe dass das jetzt so ein bisschen die haupt quest ist die bitte so ein bisschen durch alles hier leitet aber das vermisse ich manchmal so bei spielen ist einfach oder reingeworfen wirst und einfach ja darfst irgendwie gucken wie du zurechtkommst das ist eigentlich soweit aufgeräumt hier ist auch oder kann ich die einpacken gucken mal hier ist nix gut hier ist hier drinnen machte scheiße habe ich am besten alles ein fleck jeweils an die uni schlecht ja ich glaube ich packe die alles hier rein das alles in einem fleck einfach ist so was das hier kann ich bestimmte holz machen hier kann ich das da habe ich so die vermutung so was ist hier kann ich auch mitnehmen ist auch alles müll ich bin schon voll habe ich dann einfach so schnell voll ich verstehe es nicht ja ja da 54 prozent gerade mal einfach hier alles hin und was soll ich machen muss ja mal platz schaffen 37 kann ich nehmen alles da reinpacken jetzt alkohol kriegt eine flasche kann ich die flasche füllen das wäre interessant zu wissen kann ich leider nicht füllen ok so wo kann ich noch aufräumen das hier nie das war doch das kann ich auch weg machen was noch was bleibt hier ist hier denn hier die missgabe irgendwo noch die ist natürlich weg dass das ist blöd dass die weg ist immer so schnell voll wo wir sind eier drin oder die eier bitteschön her ach so ich habe hühner stimmt ja ich habe hühner eignet sich früher oder neue hühner ok sonst ist hier nichts drin soll ich den müll sonst hin stapeln muss ich ja hier in stadt eier kann ich doch alles drin lagern eigentlich oder ich habe doch hier so ein vorratskammer ein macht glas ok da haben wir sogar was bier das bier kann ich sofort will ich nicht konsumieren pack das mal ist jetzt hier rüber alles was mit essen und trinken zu tun hat kann alles jetzt hier rüber rot werde ich mal konsumieren wo das das war gut das war echt gut hat mich richtig schön erholt hier so die briefe her keine ahnung kann ich hier kochen benutzen okay bräuch feuer breite vor brotschei er ist dasselbe selbe menü kurs brühe wir haben da t selber rezepte alles schade das ist ein bisschen schade was ist das da unten für zeichen immer apathie kann sie mir keine lust zu schnell zu gehen oder zu viel zu tragen traurig zustand kann durch glücksbringende getränke oder eine angenehme wärme überwunden werden berechtigung einige aktivitäten erfordern berechtigung die von unseren bürgermeisterzeit wird abholzen verbeulen landwirtschaftsbau elektrizität verlangen nach alkohol ein schwer zu drücken am wunsch alkohol zu konsumieren der zu anderen unangenehmen zuständen führen kann alles klar deshalb kann ich nicht so viel tragen das schon bescheuert mit dem alkohol kein eiki hier groß ziehen auch da nicht weg du gehörst doch mir blödes wohnen du bist hier bald geschafft haben 77 prozent gerade mal acht der kanal und wie lange das hier dauert 5 weg das ist total interessant das haben sie sich gar nicht überlegt wo man das alles hinschleppeln soll hier das ist eine trophäe die kann ich an die wand hängen wird da habe ich da auch wieder ein bisschen mehr platz was mit der sense kann ich da was machen oh ja pflanzenabbau dafür ist eine sense da da war so dass hier die briefe rein machen ich denke hier soweit aufgeräumt oder gibt überall immer noch was rum das lassen wir mal die vorratskammer für das hier ist das gut ein paar dinge und dann haben wir es eigentlich ich 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 83 prozent sollte schon reichen sonst kann es nachher wieder nicht bewegen wenn uns prozent sollte eigentlich jetzt gleich fertig sein die zwei dinge danach wie ein suchspiel aber die fahrer auf gut fertig habe ich da jetzt irgendwas bekommen hat man das erst mal wieder weg in sachen hier zack das heißt es eigentlich jetzt brauchen wir bloß noch wir sprechen erstmal ab und eigentlich müssen wildschweine jagen lege werke star wohl ist irgendwo muss ich ja wohl die dings erkriegt schwierig hier steht wieder apathien sieben stunden die effekte gehen aber wieder weg okay naja muss ich halt aushalten gleich das schwein auch hier töten aber die hat hunger was brauchst du denn ihr habt bestimmt auch hunger oder wir haben anscheinend gar keine nummer die viecher so egal ich muss es dann wildschwein her sammeln komm mal komm ich irgendwo raus doch hier hier ist natürlich da was soll immer so ein wildschweiner sein jetzt hier ist der tadeos ruf 300 sonne münzen erreichst echt nicht viel jeden fuchs ist da das war es auch schon das ist ein weißer fuchs hier will ich jetzt nicht die brauche ich jetzt noch gar nicht ich will wildschwein da ist ein wildschwein so ist gut wenn man das hier so sieht jetzt weiß ich mich nicht muss hingelatscht ist wo ist es hin dahin geratscht so bestimmt anderes genau aus diesem grund hasse ich einfach gräser das ist so schlimm das ist halt nur die reichweite sowohl das lied echt ein bisschen blöd ich möchte es irgendwie ein ausstellen hier hatte mal nur gering qualität aus sichtfeld ist schon riesengroß an das ist ja noch schlimmer hier das ist ein weißer hörsch ich brauche kein weißen hörsch okay also es macht es nicht weg also ist schon schwierig da jetzt irgendwas zu sehen einfach wieder als auf mittel so es sind bären süß wie honig aha oder ist ein bär ein bär will ich jetzt nicht das ist nicht gut da ist eins ich habe jetzt zweimal getroffen was jetzt wieder jetzt habe ich keine munition mehr ach leute also weiß ich nicht weiß nicht was ich von dem spiel so halten soll es war immer beim ersten teil auch schon bei farmers fahrt das auch schon so es hebt mich nicht so ganz ab dieses spiel muss ich sagen ja und man hat man hat da so eine packung und ich konnte zwischen fünf packungen aufsammeln als ob in einer so einer packung immer eine kugel drin ist verstehe ich nicht wenn dann sollte man doch nur eine packung hinlegen und fertig ja und dann macht man einfach fünf packungen und nicht da fünf packungen mit einer kugel drin das macht gar keinen sinn ja keine ahnung da habe ich vielleicht auch kein munition mehr da dieses vieh zu erledigen weiß ich nicht also geht es da erstmal für den punkt auch schon nicht weiter so und dafür brauche ich geld das muss ich machen vielleicht eventuell werkzeug zu bekommen und die angel ist spurlos verschwunden also ja so richter leitfaden geht es auch nicht also weiß nicht was gefunden bär ja wo sind der bär wo soll denn wo sind der bär er war doch gerade noch hier naja egal okay gut ich denke mal wir machen da erstmal schluss hier mit geht nicht weiter keine ahnung ist es ich laufe jetzt hier auch nicht stundenlang hin und her um irgendwas zu erreichen und so keine ahnung ja 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 ja